Ich bin Morbus Bechterew Patient und auch mir wurde Sport empfohlen. Hat mir das geholfen? 2005 war ich wegen meinen Rückenschmerzen erstmalig bei meinem Hausarzt und mein Hausarzt hat mir dann verschiedene Übungen mitgegeben, um meine Rückenmuskulatur zu stärken. Die Übungen habe ich auch durchgeführt. Ich habe zudem auch noch Schwimmen ausprobiert. Ich bin Joggen gewesen. Ich habe Fitnesscenter gemacht. Ich habe Pilates gemacht. Ich habe verschiedene Sportsagen auch zu Hause durchgeführt und Sport hat mir grundsätzlich auch geholfen, aber das war eher eine kurzfristige Hilfe. Im mehrjährigen Vergleich sind meine Entzündungen und meine Schmerzen trotzdem von Jahr zu Jahr schlimmer geworden und irgendwann hat dann der Sport auch fast gar nicht mehr geholfen und ich konnte den Sport auch kaum noch durchführen, weil immer irgendwas entzündet war oder mir zu sehr weh getan hat. Ich hatte also Entzündungen und Schmerzen, die sind immer schlimmer geworden und Sport hat auch nicht genügend geholfen. Inzwischen geht es mir viel besser und das auch mit wenig Sport. Möchtest du wissen warum?